Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich bin so nah dran. Eine der Ziggurats in der oberen Stadt soll eine goldene Vogelstatue enthalten, die vor langer Zeit von Orgus versteckt wurde. Er hat Asche verwendet, die im Sockel der Statue verborgen war, um einen hohen Sterblichkeitstrang für einen uralten Helden herzustellen. Wenn ihr mich in die Ruinen bringen könnt, um die Statue zu finden, garantiere ich, dass es sich für uns beide lohnen wird. Die Asche in der Statue ist Janis Weise namens Kuja-Leben, die Geheimnisse des Lebens über den Toten ausbrechen. Ich habe alles geopfert, um Kuja-Leben's Geheimnis zu liefden. Ich wandere schon in seinen Kopf vor dem verdammten Dschungel hin. Ein Legender-Dogs von Ku, was den Gott habe. Die Statue, sie ist nicht Arschgold und im Sockel ist keine Asche. Aber dieser abgesuchene Weg führt zu einer weiteren Ziggurat südwestlich von hier. Die einzigen verbleibenden Sikurats liegen tief in Travinkal. Als ich mich vor einer Weile der Stadt näherte, hing undurchdringliche Dunkelheit über ihr. Die alten Wandbilder der Stadt zeigen große Feuerstellen, die als Leuchtfeuer gedient haben. Könntet ihr gehen und sie entzünden, damit wir wenigstens nicht im Dunkeln sterben? Es ist getan. W-wann habt ihr... Wen interessiert das? Geht voran! Das ist, was ich tue. Wie habt ihr diesen Albtraum ohne entzündete Feuerschallen überlebt? Dann... Dann sehen wir uns mal die südliche Ziggurat an, die an dem eingestürzten Platz steht. Ah... In den Höllen... Vielleicht rettet das mein Leben. Dieser ekelhaft aussehende Thea, was? Naja... Auf euer Wohl. Und meines. Das ist nicht... Das kann nicht stürmen. Deine Gehir brand! D��� Wies. DIN